Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir Kaugummiautomaten. Wir brauchen eine Schachtel, Pappe, einen Strohhalm, einen Deckel von Desinfektionsgel, Zuckerperlen, eine befüllbare Christbaumkugel, eine Dosierhilfe von Sonnenblumenöl, Streichhölzer, eine transparente Verpackung und eine Perle. Für den runden Kaugummiautomaten nehmen wir erstmal die befüllbare Christbaumkugel und füllen die Zuckerperlen hinein und kleben die Christbaumkugel wieder zu. Dann kleben wir sie auf eine Dosierhilfe von Sonnenblumenöl und kleben oben drauf den Deckel von Desinfektionsgel. Kleine Anmerkung hier schon mal, hier habe ich einen Fehler gemacht, das werdet ihr später im Video noch sehen, welchen. Jetzt kleben wir erstmal noch eine Perle oben drauf. Guckt euch erst das Video an und dann seid ihr ein bisschen schlauer als ich und macht es besser als ich. Jetzt machen wir gerade die Auffangschale für die Kaugummi. Hierfür nehmen wir einfach ein Stück Strohhalm und schneiden so eine Art Sichelform heraus und kleben das eben als Schale unten an die Dosierhilfe von dem Olivenöl. Und dann kleben wir einen Halbkreis aus Pappe als Deckel oben drüber, so halb geöffnet und ein Stück Streichholz als Drehregler an. So und jetzt kommt nämlich auch der Fehler zum Vorschein. Man muss eigentlich die Deckel von innen schon mit roter Acrylfarbe bemalen, weil sonst scheint die ursprüngliche Farbe durch, durch diese Christbaumkugel. Und erst dann kann man eigentlich erst alles zusammenkleben. Also ihr seid schlauer und macht es besser als ich. Jetzt kommen wir zu dem eckigen Straßenkaugummiautomaten. Hierfür einfach eine Schachtel ein bisschen verschmälern und die eine Seite dann wieder zuschließen mit Pappe. Eine Seite muss offen bleiben, damit wir sie später mit Kaugummis befüllen können. Jetzt alles überstehende abschneiden. Und dann schneiden wir zwei Fenster in die Schachtel. Und damit das Anmalen später einfacher wird, in diesen Ecken bemale ich die Schachtel schon in den Ecken des Fensters mit roter Acrylfarbe. Als nächstes kleben wir nämlich die Scheibe auf, nämlich transparente Verpackung als Glasscheibe. Und wenn man da vorher die Ecken nicht angemalt hat, kommt man eigentlich überhaupt nicht dran und dann würde man die Glasscheibe mit Farbe beschmieren. Jetzt kleben wir kleine rechteckige Pappstücke vorne unter die Fenster. Und wieder zwei sichelförmige Strohhalmstücke als Auffangschale der Kaugummis. Und Halbkreise aus Pappe für die Deckel. Ich habe einen geöffnet und einen geschlossen angeklebt. Und dann wieder Streichholzstücke als Regler ankleben. Weil auch hier das Innere vielleicht rausscheinen würde, bemalen wir auch hier das Innere mit roter Acrylfarbe und befüllen dann erst die Schachtel mit den Zuckerperlen. Auch das Stück Pappe, mit dem wir das dann verschließen wollen, habe ich vorsichtshalber mit roter Acrylfarbe von innen bemalt und dann aufgeklebt. Und so sieht das Ganze ohne Acrylfarbe aus. Und jetzt kommt natürlich die Acrylfarbe noch drauf, von außen in Rot, Silber und Schwarz. Zum Schluss kann man dann noch zwei Zuckerperlen in die Auffangschale kleben. Da sind sie schon fertig, unsere Kaugummiautomaten. Dann lasst es euch schmecken und frohes Kauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald. Eure Steffi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.